Um was wir Frauen uns nicht alles sorgen. Wir möchten es möglichst perfekt machen und fühlen uns dann doch ungenügend. Oder wir denken, wir sind eine Zumutung und möchten es allen recht machen. Oder wir vergleichen uns und sind dann einfach unzufrieden. Was war das Wildeste, was du je getan hast? Uns gefällt der liebe Gott und der, der immer barmherzig ist und der so. Aber eigentlich zähmen wir ihn ja dadurch. Ich würde ihn eigentlich auch eher so als heilig oder allmächtig, barmherzig bezeichnen, als jetzt wild vor allem. Also ich gerade jetzt mit meinem Leben früher wild hieß für mich ja, assoziierte ich halt mehr mit so Party, Drogen, Alkohol, Männergeschichten. Das war für mich so wild. Wann fühlst du dich denn so richtig frei? Also ich fühle mich richtig frei, wenn ich einfach nur die Natur um mich herum habe. Meine Familie, meine Freunde, das ist für mich ein absolutes Freiheitsgefühl. Das war für mich. Das war für mich. Vielen Dank.